Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel R.L.P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Worms 3D. In der ersten Folge haben wir die Schlacht von Ragnarok beendet und haben gegen ein paar Wikinger gekämpft. Und jetzt machen wir außerirdische Stromzapfer. Da stimmt doch was nicht. Eine Gruppe wild gewordener Außerirdisch hat die Hauptleitung angezapft und sie zappt, als müsste sie das ganze Universum beleuchten. Die Abrechnung wird grausam. Äh, man muss sie aufhalten. Stöpseln sie diese diebischen Gründlinge, Grünlinge dauerhaft aus. Sie wissen schon. Ach, mit Panzerfaust und Granaten und so. Das kann ich am besten. So, wer wäre dann als nächster, glaube ich, schon wieder irgendwie so ein galaktischer Krieg, den wir ja verwickelt sind. Bis dann nicht. Die Außerirdischen zappfenen Stromabgebieten sie ihnen Einhalt. Na gut. Ich weiß noch nicht, einer von uns. Wir haben einige Waffen in der Hütte am Helikopterplatz versteckt. Ich glaube jedenfalls hat er da stand. Oh. Lieblich haben. Das sieht nach einer sehr großen Hütte aus. Die Masse ist schon sausend noch in ihren Ofen. Holen sie sie, bla 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 bla. Was, sind das viele Gegner? Das war wieder, das ist alles beisammen hier. Wir müssen noch ein paar ganz allein. Oh Mann, das sieht nach einer richtig großen Schlacht aus hier. Wir haben voll viel Zeit für Einzug, merke ich. Bah, genauer zwischen. Wir haben ja immer mit unserem eigenen Schlachtschiff durchs Universum unterwegs. Gehen wir mal da hin. Ich hab keins. Verdammt. Ähm, William, geh mal woanders hin. Ist ja glaube ich nicht mehr so sicher. Boah, direkt da rein. BM, ich schieß jemand ab. Da bin ich weg. Wurmwechsel. Oh, das könnte sehr... Ich muss nur gucken, wie das geht. Aber ich hab ja jetzt eine Minute Zeit. Wann hast du? Du mich auch. Ich geh mal hier in Deckung. So, Wurmwechsel hätte ich gerne. Wie macht man das? Ah, mit Dreieck. Ja, mach mal eben. Oh, ich kann das nicht mehr mal machen. Jetpack, Bananenbombe und Superschaf. So, tu doch was. Oh, Mann. Nun mach schon. Und triff. Nein. Nicht so. Oh, William ist da unten in Sicherheit, hab ich so das Gefühl. Oh nein, ich hoffe, Rainer schon wieder. Wat zum Teufel. Wie kann man nur so genau treffen? Na, warte, jetzt seid ihr dran. Kann ich auch hier. Natürlich. Ja, ist der Hooker, Hooker. Boah, super. Ho, ich auch Hooker, Hooker. Nein, und der trifft wahrscheinlich damit, ne? Ne. Na, wen schnapp ich mir denn jetzt? So, Smikimishi, was weiß ich, wie du heißt. Du musst sterben. Sehr gut. Och, Platsch. Der ist abgerutscht. Da sind zwei. Nein. Exterminate. Exterminate. Wollte schon sagen, wenn der jetzt dadurch geschossen hätte und mich getroffen hätte, dann wäre ich durchgedreht. Na toll, jetzt kann ich ja nichts machen mit William. Aber das ist kein Scharfschützengewehr oder irgendwie sowas. Ich denke, ich bin da nicht im Treffen, ey. Was? Aber so war. Malabt. Egal. Ich meine Sicherheit hier. Hier treffen wir mich nicht so schnell, habe ich so Gefühl. Schon kein Wort. Ja. Die Aliens haben Wenden. Moin. Moin. Das ist zu viel Wind. Zu viel Wind. Oh, Mann. Gau, gau, gau. Die kriege ich noch, ey. Wo war denn da so viel Wind, ey? Ja, jetzt ist es für ein still. Super, danke. Bin ich ganz toll. Na, warte, du. Geht gerne so um Wiederbelebungsdingen oder was weiß ich. Na ja, na. Du wüsstest ja, wenn ich den schon angeschwächt habe. Super. Na, ich wollte da rein. Da wäre er bestimmt sicher gewesen. Was soll das? Ey, was soll ich hier machen mit dem? Ich komme mal da hin. Captain Rock. Na. Wir sind aber auch noch übrig. Eins. Zwei. Zwei. Super. Na, warte. Warte, ihr Kleinen. Hm. Das wird ein sehr schöner Home Run. Hm. Treffer. Boah, wie weit der fliegt, ey. Honey Blub Blub. Ist irgendwie verreckt. So langsam werden die Mission ein bisschen herausfordern. Na komm, spring da runter. Spring da runter, Mann. Ach, der kann schon nie leben. Nee. So, das kann ich ja nur von oben. Ah, es läuft noch plan. Captain Rock. Für baseball-schläge habe ich denn. Ich dachte, ich werde dagegen ab. Hutsch. Home Run. Hoho. Sehr schön. Alles läuft noch plan. Jetzt müssen wir nur die ja treffen. Boah. Ey, was war das denn? Ich habe mich nicht mal bewegt, ey. Oh. Muss ja gleich nochmal machen, ne? Jetzt liegt es wieder an William, ey. Nein. 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 Ey. Und das ist abgerutscht, ey. Wortwörtlich. Das gibt es doch nicht, ey. Der komme ich jetzt da runter, ey. Wenn ich hier jeden einzelnen mit dem Baseball-Schläger wegkauen muss, ey. Ich glaube, ich glaube, dass das der... Dingens, der... Das ist so sein soll, dass man alle immer hier mit dem Baseball-Schläger wegkaut, aber... This is my way. Psch. Tschüss. Er ist aber gut geflogen. Da wo ist der letzte? Da oben. Den kriege ich auch noch. Der komme ich da hoch, ey. Hol sie, waka, waka, waka. Oh nein. Der sieht sehr gut gezielt aus. Der ist auch. Drecksack. Das möchte ich da irgendwie mit dem Ninja sein am besten hochkommen. Wie komme ich denn jetzt da hoch, ohne dass der mich totet? Junge, ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Balken, verdammt. Und er sieht mich da auf volle Möhre. Joi. Joi. Waka, 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 waka. Waka, 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 waka. Waka, 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 waka. Die Eldings hat ins Grab gewissen. Gut gemacht, die Außerirdischen sind tot. Und unsere... Ja. Die Fortsetzung folgt, oder wie? Ja, super. Weil, das war schon wieder so eine knappe Kiste. Aber irgendwie geht halt immer. Finde ich gut. Nee, Gold. Was? Dafür gab es Gold? Das hätte ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht gegeben. Aber naja. Wenn noch Spiel mehr Gold gibt, dann gibt es mir Gold. Ja. Ich freue mich schon so, ob es fort, was ich ja danach let's playen werde. Das wird auch lustig. Oh, schon wieder die Oma. Was macht die immer da drinnen? Wie passt die überhaupt da rein? Das geht nicht. Unlogisch. Super Bösewicht, okay. Ach, ne Stimme ist das, glaub ich. Sehr schön, da passt ja noch ne Mission rein. Was wir die auf Anhieb schaffen und uns nicht allzu doof anstellen. So, außerirdische Stromzupfer. Was? Was? Oh, da war ich jetzt die Mission. Okay. Wieder war ich jetzt die Mission. Da war jetzt ein bisschen... Äh, das Kampagnen-Menü von Worms 3D. Da war jetzt ein komisches Ende. Einfach so. Ich dachte irgendwie, er wird Final Battle oder so gezeigt. Oder was weiß ich. Na gut, dann nicht. Gucken wir uns mal hier mal an, was es hier noch gibt. Hm. Machen wir mal hier einfach irgendwas. Schottflinten-Contest. Gucken wir mal, was das hier so beinhaltet. Und wenn nicht, dann weiß ich nicht. Kann ich gleich schon anfangen, Worms 4D aufzunehmen. Das Reffen der Ziel bringt, was weiß ich. Weil nur die besten Zeiten schaffen, ist es auf die besten Liste. Ziehen Sie also so lange und ziehen Sie genau. Kann mich nicht bewegen, okay. Aber ich habe schon Zeit hier, die abläuft. Okay, 1, 2, wow. Äh, 3. Ich kann es aufziehen, wie ich will, okay. Erschießen, meine ich. Okay, das ist nicht so schwer. Ist er jetzt auch genug da? Einer erwischt, okay. Wow. Wow. Wie lange muss ich das jetzt machen? Geschafft, okay. Da. Ja, das ist jetzt nicht so spannend, wie ich mir vorgestellt habe. Eigentlich habe ich mir sowieso nicht spannend vorgestellt, aber naja. Wie lange soll ich das jetzt machen? Sagen wir nicht, ich muss es so lange machen, bis ich irgendwie so sieben Minuten oder so erreicht habe. Das ist mir auch ein bisschen doof. Da war irgendwie jemand von sieben oder so, stand da. Da. Warum hätte ich jetzt keine Lust? Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Ja, das ist überaus spannend gerade. So, was für den Zuschauern nehme ich an. Wie lange muss ich das hier noch machen? Kommt irgendwann eine Meldung oder so. Ja, du hast jetzt genug abgeschossen. Du kannst jetzt auch hören. Was? Ma. Äh. Fand ich aber irgendwie komisch. Finale, ey. So mitten aus dem Nichts war. Okay, langsam mit mir zu doof. Hä. Was gibt es denn noch da? Nun können Sie weitere wertvolle Sekunden stellen. Halten Sie sich ran und schaffen Sie die bestmögliche Zeit. Ja, super. Ich kann so lange ballern, bis ich irgendwann sieben Minuten abläufe. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie sieht denn das so aus. Wenn das auch nicht so gut ist, dann werde ich das Projekt einfach mal hier beenden. Das wäre der 20. Part. Wow. Das wären genau 20 Parts. Das ist ja richtig knorke. Das ist also ein ernsthafter Todeskampf, oder? Oder ja? All diese will mal ein bisschen beseitigt werden. Okay. Ganz schön hart, aber jemand muss das tun. Alleine? Mein gut, mit allen möglichen Sachen. Und machen wir halt hier im Schnelldurchlauf. Ja, der war gut, ne? Boink. The enemy, okay. Kinderleicht, Problem. Nächste man ist in Bewegung. Und er verschwindet einen Zug. Um sich zu Rainer zu teleportieren, der genau da ist jetzt. Ich habe dich erwartet. Und jetzt verpiss dich aus meinem Schiff. Das hat nicht funktioniert. Ich habe mich einfach jetzt nur mit einem Baseball-Schläger gegen die Rübe gewesen. Knallt, ey. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein. Das reicht doch nie im Leben. Das reicht doch nie im Leben. Das reicht nie im Leben. Lipp mich. Ey. Wie er hat es so ganz genau gemacht, ey. Das regt einen irgendwie so auf. Oh nein. Gott. Na warte, das gibt Rache. Oh verdammt. Rache komplett. Meine Güte. Nein, mein Schiff. Mein Steamboot will je. Wir sind eigentlich nur am Leben. Das werde ich mir büßen, ey. Obwohl er nichts getan hat, ey. Mein Gott, warum ist das so empfindlich? Neum. Bäm. So und jetzt freck. Horrible Harry, okay. What? Was zum Teufel? Was ist denn? Wie du stupst mich, ey? Ja, Dynamit, ey. Boah. Boah. Keine Ahnung, er stupst mich einfach nur so und ich gebe ihm eine Dynamitstange. Voll am Übertreiben. Warum stupst der mich auch, ey? Das war voll nicht an... Wie schnell hat der Ecken gerufen? War überhaupt nicht angewacht, ey. Na, Horrible Harry. Jetzt mache ich dich platt. Hm. Wie? Boing. Mal, den stecker fest. Wie? Willst du mich auf den Arm nehmen? Was ist das? Ja, den Kampf schaffen wir aber noch, den schaffen wir echt noch, hätte ich jetzt nicht gedacht, das war eigentlich nur mit am Anfang. Er ist nicht gedacht, dass wir ihn noch schaffen. Ich wollte aber irgendwie alle Waffen und so genau sehen, aber kam mal irgendwie nicht zu, wenn wir nicht alle Waffen haben und so. Nein. So, hier, nimm den. So, hier, nimm den. Anstatt den, der direkt daneben steht, hier abzuballern. Okay. So was noch mal. Nein, er lebt noch. Komm schon. Sehr gut. Sehr gut. Der Sturz, der hat noch ein bisschen abgezogen. Da geht horrible Harry leiden. Ach ne, ich muss das ja noch eine Zeit schaffen, ne? In einer guten Zeit. Nein. Mysterious Dr. X, okay. Nein. Ich wollte schon sagen, schon wieder Final Battle zwischen William Orme und irgendjemand anderem. Wie hat dieser Name da reingepasst? Der hat nie im Leben reingepasst. So, ich werde mal dabei treffen. Hallo. So. Ich glaube, so treff ich. Boah. Was zum... Warum ist das so schwach? Das ist ein Mörser. Sieht irgendwie aus wie so ein Kanonenkugel. So ein Kanone. Wenn man so altertümliche Kanonenkugel mit raus schießt. Warte, ich komme jetzt darüber. Eindeutig keine Lust mehr. Hilfe. Was mache ich jetzt mit dir? Ja, nimm das. Oh, jetzt fliege, fliege wie ein Vogel. Er hat ganz schön viel abgezogen. Wo ist er denn? Das ist ein bisschen da gefunden. Ja, da habe ich ihn bekommen gesehen. Sehr gut. Er ging nun wie Titanic. Der hermige Enemy wurde zum Opfer. Ich habe noch eine letzte Szene an. Vielleicht. Dann können wir das Break beenden. Das war Worms 3D. Ich habe es jetzt nur auf Knobbert freigeschaltet. Im welchen Moment war noch mehr Kämpfe und was weiß ich. Mal gucken. Silber. Hä, hä, hä. Kämpfe.. Ich habe freigeschaltet. geil da war nur zwei parts aufgenommen das ist ein bisschen wenig finde ich aber nicht mal mein neues projekt auf hoffentlich irgendwann nächste woche plan werde vielleicht schon diese woche dann ihre ok nee ich kann noch mehr zu kämpfen machen aber die das war oder 200 von ist er ist erwartet lassen wir das sind der zwei ausgeschrieben ja so besten ist Ich muss es jetzt nicht unbedingt verzeigen. Hauptsache die Kampagne wurde erledigt. Und ja, ich würde sagen, ich könnte das Projekt hier beenden. Worms 3D, 20 Parts, das ist halt glaube ich mehr als genug. Und ja, weiß nicht, als nächstes wird Worms 4ds, also unter Belagerung, folgen. Weiß ich nicht, nächste Woche irgendwie sowas. Vielleicht schon diese Woche, mal gucken. Jedenfalls um 18 Uhr so ungefähr, so wie dieses Projekt hier. Und ja, ich hoffe einigen Leuten hat das Spiel gefallen. Und ja, ich sag dann, wir sehen uns in der nächsten Folge von irgendeinem anderem Projekt. Boah, ja auch gerettet. Und ich hoffe wir sehen uns in Worms 4ds, unter Belagerung. Sehr schön. Ich bedanke mich dann all herzlich für's Zuschauen und sage Tschüss. Hat Spaß gemacht. Oh, come on in! .